Triff Schwachstellen mit der Spitzhacke. Also für alle, die neu in Fortnite sind, sobald ihr da Gegenstände mit der Spitzhacke trefft, erscheint so eine Animation. Trefft da den Kreis 25 Mal, dann habt ihr die Aufgabe erledigt. Bei Gegenständen, die ihr nicht abtragen könnt, erscheint, wie ihr hier seht, kein Kreis. Zum Unterschied hier beim Stein habt ihr dann wieder den Kreis. Also trefft 25 Mal den Kreis und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.